Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Rainbow Six Siege! Heute mit dabei I-Touch Und wieder mal meine geliebte Facecam Ein neuer Standardgast vielleicht, wer weiß Ein neuer Standardgast? Who knows Alter, dass die Dinger hier so schmeißen, ne? Warum schmeißt denn der Rook eigentlich keine Westen hin? Was musst du ihn fragen? Blub, warum schmeißt du? Oh, sorry Sekunden noch Ich verpisse mich Aber wer schießt denn da auf mich? Oh, was schön mit Blut Ne Weißt du, die hauen alle an Oh, die kommen schon durchs Fenster Ich habe mich schön versteckt Die kommen hier nicht durch Durch welches Fenster? Von draußen Ah, ich sehe es Hier kommt was Stacheldraht eingesetzt Oh, bitte nicht Feindsuche läuft Sensor aktiviert Feind lokalisiert Erster Stock Leute, ich markiere sie euch Was tut ihr eigentlich? Ich suche nach Feinden Ich habe, glaube ich, den perfekten Platz Vorsicht, Drohne Kein Problem Hi! Scheiße! Wer hat das aufgemacht? Was aufgemacht? Ich habe auf der Kamera zugesehen, wie meine Deckung weggeballert wurde Er war leuchtüberrascht, glaube ich, dass ich da aufstand Wie geil sah das denn aus? Drei Leute hier Den Biogefahrgutbehälter beschützt Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter Warte, was tut ihr? Ist das an geworden? Ich habe dir ja nicht vielleicht einen markiert oder so Der hier draußen rumchillt Der jetzt hier ist Interessiert euch alles nicht, ne? Wie meine Deckung einfach weggebolzt wurde Als ich chill da so in dem Schränklein Plötzlich macht es überall BOOM! Und ich sehe auf der Kamera live Wenn alles kaputt geht Wie ich dann einfach so völlig deckungslos am Boden liege Oh mein Gott Was machst du denn für Sachen? Naja, ich bin dann aufgestanden Hab mich um den Gegner gekümmert Hab ihn fast erschossen Fast erschossen? Ja, der hätte, glaube ich, überhaupt nicht damit gerechnet Dass ich da plötzlich aufstehe Das war so gut Oh, jetzt geht es richtig los Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden Wo sind sie denn? Ich fahre nach oben Sehr schön, der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert Ah, okay In den Lokomotivenraum, ja? Ja Mit der Chuchu-Bahn Huh! Der beschissenste Raum überhaupt Was ist das? Oh, die haben Mörderhosts reingeschmissen Kapkan ist da Rude liegt aus Einen Blitz habe ich gesehen Ein Floss, aber einer fehlt 10 Sekunden bis Einsatz Sind alle da jetzt Okay, der geht nach oben Einsatz in 5 Sekunden Biogefahrgutbehälter lokalisiert Weiter zu seiner Position Hä? Pass auf, nicht dass sie gleich rausballern Kann nicht passieren Warum? Vielleicht auch doch Gucken wir uns die Sache doch mal genauer an Ich mach mal auf hier Genau davor habe ich Angst Achtung Feind draußen Feind draußen Wo war der draußen? I have no idea Leute, ich stelle mir wie die fliegen Hey, wir haben ein ernsthaftes Problem Warum? Da ist ein Gegner Da ist ein Gegner Und ich kriege ihn nicht Und jetzt habe ich ihn Haha Hä, woher hat der was? Wo schießt du hin? Wollt einfach nur mal ein Loch in die Barrikade ballern Warum tust du das? Warum nicht? Ja, guck Jetzt Die letzte Deckung die wir haben, die nimmt er uns jetzt Oh nein! Das hättest du dir denken können, oder? Ich habe auch extra eine Route geballert Aber er hat nicht schnell genug das Ding zerstört Ja, ich habe ein Problem Ich weiß nicht, ob ich zu dir rein soll oder nicht Lass es Die Firma dankt Ja, kein Ding Ich war gern dabei Ich wollte gerade sagen, worauf schießt denn du? Was machst denn du jetzt schon wieder? Schlacheldröcke Cool So So Ja, warte mal Sag Bescheid, wenn ich kann Oh, Mist Ja, ja, hier drin ist offen Sobald die Bedrohung neutralisiert Einer ist in der Bahn Los komm, schnell den Raum einnehmen Schnell den Raum einnehmen Nein, die nächste Falle Nur noch ein Ich bin down Ja, ich habe dich Ok, danke War dumme, ne? Siehst du was? Oh, oh, oh Ja, ich bin tot Durch den Kamin Durch den Kamin Ein Rook, der ist fast down Nein, die Kamera steht falsch rum Der kommt von der anderen Seite Dann geh in den Raum rein Kamera über dir Ja, ja, ja Besser Was würdest du vorschlagen? Ja, durch Umgucken Offen und beten Da ist er Boah Einer Druck getötet Das war nirgut Nee Schlechte Sache Ja, da hat er dich da erwartet Weil die Kamera da war Ja, ja, klar Hätt's die Kamera weggemacht Hätt er, glaub ich, nicht gewusst Was er machen soll Scheiße Das läuft ja mal wieder Richtig geil Sozusagen Kann man so sagen Ja Nee Hä? Gesuttert Danke Aber was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht Hast du Heuschnupfen oder was? Eigentlich nicht so Toh, jetzt doch, hä? Ja Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö was nicht doch am arsch man hier weg dann sonst ist aber noch alles okay bei dir brauchen wir denn noch kameras am besten noch die kunden noch mal ja mich ja wahrscheinlich nicht gespannt ob die mich entdecken hat jemand noch eine kamera parkgasse ist zu sie kommen übers fenster rein beim beim messen bei diesem wie knusus auf der seite aufgemacht direkt zum direkt zum haupt zur haupttür ich kann es nicht sehen wo du hier kommt ein frost frost und back einer ist unten beim wieger die flüster schießen sie durch die nur nicht von wo bist du da und daher sind von zwei seiten gekommen rein blackbeard einer ist oben toll jetzt muss ich raus ja du musst da weg ja genau von da da ist einer dann ist da hinten der blackbeard pass auf wohin da müsste irgendwo blackbeard sein wie sind denn die reingekommen mann wie sind die reingekommen schützen ist jetzt gescheitert ja einmal von vorne und einmal von hinten die sind von zwei seiten gekommen von hinten kann gar nicht doch ach come on ich dachte du meinst den raum da hinten nein ja das war ja mal eher so anti geil was wir hier fabriziert haben trotzdem liebe freunde hoffe ich dass es ihnen gewisserweise spaß gemacht hat wenn ja gebt doch einen daumen nach oben ja ansonsten hoffe ich nein dann auch hallo liken teilen also wie immer wenn es euch gefallen hat daumen nach oben da lassen ich hoffe ihr schaltet auch nächstes mal wieder ein bis dahin macht's gut und may the fun be with you